Usa Hey Kyle Hey Skid So, warst du hier die Tante, die meinte Ja, hab ich abgeschlossen Was soll ich denn mit dem Shichi-Kostüm Sehe ich aus, als würde ich da reinpassen Ja, nö, 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 nö Ähm Ja, nö, wird mir genau gar nicht angezeigt Shichi-Kostüm So, was wolltest du haben? Ich rede mit der Frau Harter Kampf, Ginyu Komp Mando, wahrscheinlich Gibt's hier irgendwie gar nicht Eine Dragonborn Mission, nein, in dem Fall Mach ich doch gerne Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt Macht alles Innerhalb von 5 Minuten Nieder Dann haben wir eine ganz gute Chance War es das langweilig, immer die Leichen zu nehmen? Der Rest ist noch nicht freigespielt, offenkundig Hat der mich gerade angegriffen, der Penne? Ah, da vorne ist der Guldo Wieso hab ich den eigentlich übersehen? Mist Mal gucken, ob ich ihn fertig kriege damit Natürlich nicht, weil ich ihn nicht treffe aus der Entfernung Scheiße Jetzt aber Wieso hast du umgeschaltet? Verflucht Ach, was gebe ich mir eigentlich Mühe? Okay, sie sind gegen Rapsberry unterwegs Dann hol ich mal das Ding, was da hinten ist Hey, wieso haben sie den Ton geändert? Jetzt hört sich doch kein Dragonball Radar an Was ist denn jetzt Phase? Zurück zur Zeitmaschine Mit allen Dragonballs, die ihr erhalten könnt Okay, hab ich schon mal die beiden Das heißt, jetzt kann ich in Ruhe das letzte Vorderter ausschalten Und den letzten holen In der Hoffnung, dass das uns den Rest gibt Also den Rest der Mission Wie jetzt? Schon alle weg? Glaube ich nicht Echt alle? Na komm, dann holen wir uns jetzt ein Beller und gut ist Und der liegt ja auch noch so offen rum Bingo Ja, ihr kümmert euch mal da rum, ne? Vegeta Get over here Okay, das war vielleicht ein bisschen doof Aber jetzt ist Barta auch noch da Scheiße, ich hab dich für Barta gehalten Wo ist er denn? Da ist er ja Was ist anders? Zwischen vorhin und jetzt Vorhin hab ich immer getroffen Jetzt gar nicht mehr Bin ich jetzt zu Zu dixig geworden? Zu überwürdig oder was? Na, das kriegst du zurück Du Robbery-Typ, du Bezeiht, dass ich stärker werde Kann nicht sein, dass diese kleinen Furze hier So ewig Energie brauchen Okay, jetzt sind sie beide weg Und ich hab keinen von beiden Musik Schöne Scheiße Langsam macht's keinen Spaß mehr, ey Boah, unbedingt mehr Grundangriff Viel mehr Grundangriff Okay, wo ist der letzte Dragon Ball? Wahrscheinlich da vorne irgendwo Hm, hier ist er nicht Wo kann der nur sein? Ah Auf zwölf Uhr Ich seh ihn sogar schon Okay, Jeeds, Trunks Haben wir alle ausgeschaltet? Nein, noch immer nicht Was allerdings ausgeschaltet ist Ist meine Ausdauer Ich beende das mal Yeah, alle Geschafft Sogar Z-Rang Und einen Kampfanzug Und ne Ausweichfähigkeit Und yay Geht doch Ach siehste Wir müssen einfach weitermachen Weil 13, 15 Da fehlt was Also 14, 16 18, 19 Fehlen auch 21 auch Okay Okay Wieso fehlt die 14? Komm, wir holen noch die anderen Dragon Balls zurück Dann ist wenigstens Der andere Kram weg Was ich nicht ganz verstehe ist Warum da oben nicht einfach mein Avatar angezeigt wird Der wird doch im Kampf auch angezeigt Wäre das jetzt so schwer? Stattdessen wird da nur diese Freezer rüber angezeigt Verstehe ich nicht Für Sinoverse 3 Okay Die Kaspar-Patrouille Alle drei auf einmal Alter, deine Deckung geht mir gerade ein bisschen auf den Senkel Hey Gildo Hab ich eben nicht geschafft Vielleicht ja jetzt Ich soll es einfach lassen Jetzt bräuchte ich den Riesensturm Die waren gerade alle so schön auf einem Fleck Okay, jetzt bin ich direkt vor euch Irgendwem muss ich doch treffen Nein, Glück Es geht noch Fähigkeit, Fähigkeit, Ausrüstung Okay Fehlt nur noch Rekum So, mal sehen Ball Alle sind doch schon in einem Let's Play Kommt Leute Ihr könnt auch mal ein bisschen mitmachen Vandalismus 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 Hä? Ach, da liegt er Ups Sorry, passiert Hat einer von euch schon den Letzten gefunden Hier muss noch irgendwo einer rumliegen Soll vielleicht nicht im Nahkampfmodus fliegen How convenient Und es sind Was? Was? Ich will endlich wieder was treffen Flucht nochmal Wo sind die alten Zeiten hin Wo ich einfach hinter den Typen hinterher fliegen konnte Sie geboxt habe ohne Ende Ich muss mir für dieses Spiel echt mal eine neue Strategie zurechtlegen Die alte Funktioniert sowas von überhaupt nicht mehr Und ja, ich weiß, es sieht aus wie Button Mesh Aber es ist im Prinzip koordinierter als das Ich weiß zumindest, was ich durch das Button Meshchen erreichen will Genau das hier wollte ich Es sieht nur irgendwie in letzter Zeit so seltsam aus Au, 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 au Genau Hey Jeats Also Weh Jeats Nicht Jeats Jeats Ich sollte aufpassen, wenn beide auf dem Feld sind Das könnte durcheinander kommen Danke Jeats Boah Wie geht das Kommentar? War sehr, sehr hilfreich Das hier ist wenigstens entspannter als das andere Weil dieses kleinen Fies, was hier und da rumgeflogen ist Das ist ja immer, ich weiß nicht Es kommt aus allen Ecken und Poren Man kriegt es einfach nie weg Aber drei große Gegner Das ist kein Ding Die haust du weg und gut ist So und jeder normale Mensch würde jetzt einfach darüber fliegen Geht aber nicht, weil Deckenbegrenzung War ja auch zu einfach, wenn man fliegen könnte, ne? Was? Nur ein S, na egal Level 24 Baseball-Uniform Super Angriff Kampfpose D Rollsteinschock und wirbelnde Klinge Na das hat sich mal richtig gelohnt Und ist jetzt die 14 freigeschaltet oder nicht? Oder wird die S freigeschaltet? Bei Mr. Satan ist was los Weißt du, du bist keine Potti, aber irgendwie Interessant Level 40 Kann ich gar nicht Kann man hier irgendwas mit denen machen? Früher konnte man die noch bei Favoriten hinzufügen Aber das geht offenbar nicht Schade So, dann lass mal gucken Naja Ist die 14 jetzt aufgetaucht oder nicht? Nö Aber die 16 Warum ist denn die 14 nicht aufgetaucht? Nein 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 Das Spiel ist schon wieder eingefroren Fuck Na okay Ich würde mal sagen Von meiner Seite aus Als dann Bis dann Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme Ciao 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 Ciao